Hallo Freunde, wir sind Serben. Was charakterisiert unser Leben? Genießen Bayern, lernen, nein, lachen. Wir sind entspannt, in der Seele immer jung, verliebt. Wir lieben dieses Leben. Mädchen, ist alles in Ordnung? Ja, aber wir sind schon müde. Sieben Stunden pro Tag ist wirklich zu viel. Ich hab recht. Ja, und alle schwierigen Fächer sind am gleichen Tag. Ja, zum Beispiel zwei Matestunden, dann Physik. Das ist sehr dumm. Ja, wer kann drei Stunden Konzentration haben? Zahlen, Formeln, Plus, Minus, Sinus und Cosinus. Davon tut mein Kopf weh. Ja, aber nur fünf Minuten zwischen alle Stunden. Und eine große Pause, die nur fünfzehn Minuten dauert. Manchmal kann ich überhaupt nicht auf Toilette klicken. Ja, schrecklich. Was hast du in deinen Stundenplan ändern? Zuerst, weniger Stunden. Zweitens, mehr Sprachstunde und Informatik, weil diese Becher am wichtigsten für unsere Zukunft sind. Drittens, länger Pause. Und viertens, kein Chemie, Physik und Mathe am gleichen Tag. Guten Morgen. Kann ich dich etwas fragen? Mhm. Hast du ein tägliches Ziel? Was ist das? Ach komm, ohne Ziel. Wer hast schon ein Ziel? Lass mich schlafen. Oh. Hallo, Nemanja. Hast du ein tägliches Ziel? Hm, mein Ziel. Denn Wortsch ist auf Deutschbereichen. Deutsch-Professoren würden mehr zufrieden sein. Oh Gott. Du Pauke. Mein Auto natürlich. Oh Tär, was? Okay, ich mach nur Spaß. Jeden Tag will ich zumindest eine neue Person kennenlernen, weil für mich Freundschaften wichtig sind. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ich hab eine Frage. Was? Hast du ein tägliches Ziel? Ähm, ja, aktiv sein. Ähm, ich will Minimum 15.000 Schritte machen und etwas Süßes essen. Tschüss. Danke, tschüss. Jeden Tag lachen. Nimm dir Zeit, jeden Tag zu lachen. Es ist Musik für die Serie. Gute. 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 Guten Tag, Frau Wein. Was magst du? Ähm, wir machen Kunst. Gute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020